So Freunde, das Angelresort steigt in neun Monaten ein, es geht in den Monat Juni. Die Sommerforelle schlägt ein am Rosenweiher wie eine Bombe und das wollen wir natürlich auch ein bisschen fördern. Und wir wollen natürlich, dass ihr auch mega gut fangt. Also, es geht los, vierter, sechster, Faktor F. Es gehen Portionsforellen für euch rein, 1000 Fische, 1000 Pfund, 500 Kilo, Faktor F. Sagt ja schon das ganze Wort, Faktor F, das F steht für Fode, das F steht für 500, das F steht für Faktor, das F steht für Fische. Für andere Schweinereien auch, aber die gehören hier nicht her. Also, Faktor F, vierter, sechster, 18 Uhr, 18 Uhr, 30, 19 Uhr könnt ihr die Fische, wenn ihr wollt, könnt ihr hinkommen. Wir schalten das Ganze live, wir sind eine Stunde live für euch. Also, wir sehen uns, das ist der Rosenweiher, wir sind das Angelresort, wir haben die Sommerforelle und wir geben richtig Gas und wir haben nächste Woche noch eine kleine Überraschung für euch. Es wird nämlich goldig und wartet es ab, es wird krank. Also, ich kann das nur sagen, absolut der Hammer. So, wir sehen uns, bis dann.